Es ist so angenehm So was hat die Welt noch nie gesehen Wie du mich anmachst, wie du mich anlachst Bum, 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 mir wird so anders Jedermann der Welt wird mich verstehen Ich kündige, lass tanzen gehen You look so cute, girl I wanna move it for you The way you move, girl Make me wanna get to know you I'm in the mood, girl Hallo Und herzlich willkommen Meine lieben Clubmitglieder Zu diesem neuen Video Nur ganz kurz Es wird sich im Wochenplan Da ist ganz kurz Was ändern Und zwar Donnerstag Entfällt Der Unterricht Das ist ja nicht Keine Zeit Samstag Ganz normal Sonntag Der Unterricht Mit Sally Das ist ja nicht Es ist ja nicht Ich bitte du mal Am Montag, Club treffen. Um 5 Uhr abend, im Silver Clash. Trotzdem im Stream dabei sein und für die Nichts dabei sein. Am Montag, Club treffen. Am Montag, Club treffen. Am Montag, Club treffen. So, das ist dann der Ablauf ab morgen. Die Tage sind schon rum. Also wenn das Video online kommt, halt abholt. Das Video kommt an dem Fall raus. Ich hab das jetzt nur so spät gemacht, dass da noch... Also ab hier fängt das dann an. Beim Dienstag hatten wir ja Dressorunterricht. Ähm, beziehungsweise, danach müssen wir am Montag noch, ähm, Dressorunterricht machen. Eine Stunde noch, also eine Stunde ungefähr ist wieder geplant, das Club treffen. Eine Stunde ist dann noch geplant, ähm, auf der Moorlandkoppel. Genau. Das ist, also ab hier fängt es an. Hier habt ihr diese Woche dann drei Tage hintereinander Freizeit. Und Samstag, bitte, ähm, müssen wir leider, es geht nicht anders, ähm, mindestens drei Stunden müssen wir da einbladen, das mal. Es geht nicht anders. Und, genau, Dressorunterricht ist mit Sally. Um 16 Uhr fängt es an und sie sagt auch, wann es endet. Wenn ich am Sonntag nicht da bin. Und das Clubtreffen verschiebt es dann auf den Montag. Genau. Und am Montag wird dann für die weitere Woche dann wieder geplant. So, das ist nur kurze Info, dass ihr wisst, äh, dass sich was geändert hat im Plan. Dann, bitte schaut ihn nochmal genau an, macht euch ein Foto oder Pipapo. Ähm, wenn ihr online seid, bitte ich euch, ähm, wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Bitte schickt mir eure Handynummern, dass ihr, falls solche, äh, weitere, äh, Tausch, äh, ist oder Planänderungen und so weiter, dass ihr einfach immer auf dem Laufenden seid. Weil es schwer ist, auch euch mal online zu sehen. Deswegen bitten wir euch, wir brauchen eure Handynummern. Wir haben eine Gruppe in WhatsApp, die dann auch nur die Clubmitglieder haben. Die Nummern, also keine Sorge, die schicken wir an jemand weiter. Aber einfach, dass wir euch besser erreichen können. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das guckt jeder an. Ich hoffe, ihr seid mit dem Plan einverstanden. Und wie ihr seht, habe ich gerade den Friesen da, weil ich jetzt auch gerade schon die zweite Nummer durchgegangen bin, die ich im Kopf hatte. Und, ähm, klar, wir müssen natürlich erst die erste Nummer, ähm, natürlich noch hinbekommen. Aber ich muss ja auch mir schon überlegen, was ich für eine zweite Nummer mache, dass wir da anschließend direkt gleich, ähm, loslegen können. Und, ähm, das zeige ich euch aber dann ein anderes Mal. Also, ich wollte euch einfach nur die Planänderung für die Woche zeigen. Also, ähm, die restliche Woche. Und wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal.